HR2 Kultur zum Nachhören. Das aktuelle Kulturgespräch. HR2 Kulturcafé. Und jetzt sind wir zu Gast in der Freien Kunstschule Wiesbaden. Die gibt es schon seit 1972 und sie ist in erster Linie für Erwachsene gedacht, die ihre Brötchen meist in anderen Berufen verdienen und sich abends zum Künstler ausbilden lassen wollen. Wolfgang Becker hat die Schule damals gegründet. Heute leitet sie seinen Sohn Michael, mit dem ich vor der Sendung sprechen konnte. Ich wollte von ihm wissen, wie es damals zur Gründung der Freien Kunstschule Wiesbaden gekommen ist. Mein Vater war vor dieser Gründung ein Tausendsasser, könnte man sagen. Er hat also alles Mögliche ausprobiert. Er war Spieler in der Spielbank, er war Künstler. Er war vorher auch natürlich als Berliner in der Szene und dergleichen. Und durch seine Europatouren, Reisen hat er natürlich dann in Wiesbaden die wunderschöne Stadtlandschaft erlebt und dergleichen. Und hat sich da also zunächst auch erstmal angesiedelt. Hat auch meine Mutter kennengelernt, die auch von außerhalb kommt, aus Wien. Und grundsätzlich kann man sagen, die Schule ist eigentlich zeitgleich mit mir entstanden. Also am 03.05.1972, als ich geboren wurde, hat mein Vater meiner Mutter verkündet, ich werde eine Kunstschule gründen. So ging das Ganze eigentlich los. Das hat geklappt. Sie sind heute der Leiter der Kunstschule, 47 Jahre später. Diese Schule heißt Freie Kunstschule Wiesbaden. Was macht Ihre Kunstschule frei? Als Privatschule haben wir natürlich das Privileg, unsere Lehrpläne selber zu formulieren, zu verfassen, zu adaptieren an neue Strömungen oder an erforderlichen didaktischen Möglichkeiten. Und das ermöglicht uns natürlich auch eine enorme Flexibilität gegenüber vielleicht anderen Schulen, die etwas strikter Lehrpläne durchsetzen müssen. Wir haben da im Grunde ein Privileg, könnte man sagen. Sie haben ja gesagt, dass Sie sich von den Hochschulen, an denen es gar keine Ausbildung mehr gäbe, deutlich abgrenzen. Wie machen Sie das? Wie grenzen Sie sich da ab? Ja, Ausbildung ist ja relativ. Also wir sind der Überzeugung, mein Vater war der Überzeugung, ich bin natürlich auch der Überzeugung, dass man auf dem Sektor der Kunst eine Grundlage benötigt. Fähigkeiten im Umgang mit dem Handwerk grundsätzlich. Insofern ist das Lehrgebäude der WFK auch entsprechend handwerklich orientiert und wir können von einer besonderen Mischung aus Handwerk und Theorie sprechen. Wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also wenn ich jetzt Maler werden möchte, lernen die Schüler dann auch konkret von der Analyse berühmter Vorbilder, so wie Picasso oder Warhol? Natürlich, also das kunstgeschichtlich zentrierte Arbeiten steht bei uns natürlich an allererster Stelle. Wir bemühen uns, Werke der Kunstgeschichte, aber natürlich auch eigene Werke strukturell aufzuschließen. Das heißt, wir widmen uns sehr intensiv den Gesetzmäßigkeiten, den Wirkungsmechanismen eines Werkes und daraus ziehen wir ganz besondere Erkenntnisse, allgemeine, universelle Erkenntnisse über den Mechanismus hinter einem Werk, könnte man sagen. Also wie entsteht eigentlich ein Werk und wie steht der Künstler zu seinem Werk in Verbindung? Und im Rahmen einer solchen werkzentrierten Analyse oder Vorgehensweise ergeben sich natürlich ganz besondere Erkenntnisse auch über die Strategien, wie gehe ich an die Bildentstehung heran, die Reflexion während des Arbeitens, die Mischung aus spontanem Herangehen und Reflektieren. Also das ist meines Erachtens eine ganz fruchtbare, wichtige Mischung und natürlich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, widmen wir uns natürlich auch, ja sagen wir, Koryphäen der Kunstgeschichte, um einfach auch gewisse Vorbilder uns vorzuknöpfen, nicht unbedingt als, um in Ihre Fußstapfen zu treten, sondern sie kritisch zu hinterfragen, um vielleicht eben auch neue Wege zu gehen, orientiert an den Großvätern und Koryphäen der bildenden Kunst. Zu Ihnen kommen ja auch Laien. Wie schwer ist es denn für jemand, der erstmal nur Interesse hat und sonst noch nicht viel weiß, durch das Studium zu kommen? Also ich sage in der Beratung immer, überlegen Sie es gut, dieses Studium zu absolvieren. Man braucht eine gewisse Vorbereitung und natürlich auch ein gewisses Engagement, eine gewisse zeitliche Freiheit natürlich auch. Und es kommen alle möglichen Interessenten querbeet durch alle Berufsschichten und dergleichen. Es vereinigt alle irgendwie den Wunsch, mehr zu machen, seinen individuellen Weg zu gehen, zu lernen, wie Werke funktionieren, wie die Kommunikation eines Werkes gegenüber dem Publikum funktioniert. Und das hat natürlich irgendwie auch immer etwas mit Durchdringung dieses Themas zu tun. Und wie gesagt, in der Beratung sage ich dann immer gerne, also überlegen Sie das gut, bei uns wäre das hart. Aber interessant und es lohnt sich, einen solchen Weg zu gehen, um sich wirklich auch zu befreien. Also das ist eigentlich so eine besondere Dialektik, die da drin steckt. Also Grundlagen adaptieren, um dadurch dann eventuell die freie Kunst dann tatsächlich auch kultivieren zu können. Herr Becker, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich kein großes Talent zum Zeichnen habe, es aber doch sehr gerne lernen möchte, wie weit kann ich da kommen? Kann man das sagen? Also das ist im Grunde wie in der Musik auch. Übung macht den Meister. Das intensive Auseinandersetzen, die Sensibilisierung der Wahrnehmung, die Freude daran zu verspüren, sich auf Dinge einzulassen, auch sich selber selbstkritisch auch zu hinterfragen. Das sind im Grunde Bildungsaspekte, die wir großschreiben und die wir auch versuchen wirklich auch zu kultivieren. Und wir sind sozusagen Mentoren für die geistige, emotionale Entwicklung unserer Studenten. Michael Becker, Leiter der Freien Kunstschule Wiesbaden. Passiert es denn schon mal, dass einer Ihrer Absolventen dann auch als Künstler von seiner Kunst leben kann? Oder ist das gar nicht so gewollt? Ja, da fragen Sie ganz richtig. Es ist natürlich immer problematisch, wenn man mit seiner Kunst auf dem Markt bestehen möchte und davon auch in eine gewisse Abhängigkeit sich verstrickt. Also wenn man die Freiheit hat, Kunst zu machen, sollte man auch eine gewisse persönliche, menschliche Freiheit auch haben, um das kritische Potenzial der Kunst auch wirklich auskosten zu können. Deswegen ist es insofern auch etwas problematisch, sich an eine Hochschule zu setzen, zu warten, bis die Galeristen kommen, einen abgreifen und prompt ist man dann vielleicht schon im Kunstmarkt integriert und genießt dann eben diese Abhängigkeiten, die für die Person selber und letztlich auch für das Publikum meines Erachtens nicht unbedingt wünschenswert sind. Sie stellen die Kunst Ihrer Studenten ja auch aus. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das Einzelausstellungen, Gruppenausstellungen? Ja, beides, ja. Das ist thematisch zusammengefasst? Das kommt darauf an. Also das ist querbeet im Grunde. Also in diesem Jahr haben wir eigentlich so eine Art Ausstellungsmarathon. Alle zwei Monate haben wir dann ein neues Ausstellungsprojekt mit regionalen Künstlern, beziehungsweise natürlich mit Schülern, die gewisse Etappen des Studienprogramms absolviert haben. Also es reicht von Prüfungsausstellungen, Tagen der offenen Tür, um einfach mal zu präsentieren, was wir anbieten, bis hin zu konkreten künstlerischen Ausstellungen, also im Sinne von Einzelpräsentationen von einer Schaffensperiode eines Künstlers. Sie sind in den Unterrichtsräumen aufgewachsen, kann man ja sagen. Die Studenten der Freien Kunstschule Wiesbaden können die Ateliers der Freien Kunstschule rund um die Uhr nutzen. Wie kann ich mir das vorstellen? Hinter jeder Tür rund um die Uhr eine kreative Party? Was haben Sie denn da alles so erlebt in den letzten 47 Jahren? Man könnte sagen, die heiße Zeit, die es an der Wiesbadener Freien Kunstschule in der Hinsicht gab, die, ich will nicht sagen, ist vorbei in dem Sinne, Partys gibt es natürlich auch, aber die Bereitschaft von Menschen auch mal ein bisschen länger, intensiver und nachhaltiger an ihrem Konzept zu arbeiten, das überhaupt zu entwickeln, auch überhaupt die Chance bereitzustellen, es entstehen zu lassen, das nimmt natürlich auch immer mehr ab. Also 47 Jahre gehen einer nicht spurlos vorbei. Also es gab da natürlich auch Partys, die über drei Tage gingen und wo wir Aktzeichnen sozusagen gemacht haben. Oder ja, alles mögliche. Also es fällt mir jetzt alles ehrlich gesagt gar nicht so. Ich appelliere an Ihre Fantasie. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Michael Becker, Leiter der Freien Kunstschule Wiesbaden, die es schon seit 1972 gibt.